Das ist ja jetzt nicht so viel, ne? Mach das. Also, sagen wir hier den Rest auf. Ich glaube, ich habe kein normales Holz mehr. Oh, das ist Mithril. Dafür brauchst du Holz? Ist das für Fackeln? Hört sich logisch an. Ich habe noch Fackeln und Holz. Kannst du bei mir dir einen Snack holen? Einen Snack Holz? Ja. Ich glaube, den brauchst du auch nicht, oder? Nee. Du musst mir nur sagen, in welcher Tour. Alter, Vater. Viel Spaß beim Suchen. Das ist, glaube ich, hier obere, die dritte von rechts. Alter, wie viel Holz du hast? Ich habe einfach mal was gefahren, irgendwann. Fuck, ich bin eingeschlossen. Ich habe einen Looster hier. Ich mach. Da links eigentlich jetzt die Truhe ist die Safe? Das ist keine Safe-Truhe, 100 Pro nicht. Aber die ist nicht explodiert, als ich da die ganze Zeit drauf geschossen habe. Die lassen geilen Scheiß fallen, wenn da böse Truhen sind. Ja, das stimmt. Aber die bösen Truhen machen auch bösen Damage. Dennis, warte mal. Ich gebe dir mal eben hier das Herz. Okay. Voll. So. Hä? Ich muss doch Gel haben. Oh geil. Okay. Ach, jetzt wollte ich hier mal kommen. Moment, ich kann ja eine Dingenschen schmeißen. Eine Bombe. Ach, das ist schlecht. Nee, das ist eine echte Truhe. Da ist ein Spish-Slocking-Eye drin. Nimm einfach alles mit! Nimm alles mit! Du kriegst damage! Wo der ist? Hast du alles mitgenommen? Noch nicht ganz. Oh, was ist da drin? Eins. Ach da, mein Gott ey. So. Jetzt hab ich alles. Irgendwas Interessantes? Check mal nur die zwei Drecke. Und da ist ein Attackers Oath to take damage Potion. Hammer! Und zwei Feather Fall Potion. 7 Greater Healing Potions? das ist ja nix wie machst du dir noch mal jetzt hast du doch gerade bestimmte 3 pixie das crystal shard und bottled water so weiter links wird sein und 30 flammepfeile der kohle die gebrauch alles ok bei dir christian ja ja wenn ich einen runter holen würde ja genau ich tue mir so lange einen runter ob es meine rippe wehtut aber nice also ich bin jetzt auf drei greater healing portions gekommen ist nicht so viel weil ich hab jetzt auch nicht mitgenommen war mir zu wertvoll irgendwie für spätere kämpfer was machen wir jetzt weitersuchen weitersuchen und sich die mehr adamantitos und scheiß weiß jemand wo wir hingehen wir fallen mal hier die die hölle ist noch 25 leben kann 40 sekunden gehen wir dann da einfach ab nein hier gefallen dann da steht irgendwo gehen dann da rein da waren wir da auch noch nicht hier direkt oder so weit unten ist ja gar nicht so weit laufen ich würde eigentlich noch die feile die einem sagen weil beziehungsweise die fackeln die haben sagen wenn man stoppen muss ich hoffe ich werde gleich sehen schwarz hier ist über corruption wieso ist hier bei corruption weil die ausbreitet unter uns unter unserer base ja ja die breitet sich aus da kommt irgendwann der menschen ist ja nur so ein kleiner wurm lol sollen wir auf eine etwas für reden und dann nochmal nach links rein buddeln WTF hier ist ein großer wurm der ne menge scharung gemacht hat sie ist ja direkt alarmiert das ist aber kranker scheiß das hier bei corruption ist ja aber das ist doch normal die welt wird komplett corruption oder komplett dieses elfenland ja aber ich dachte christian hätte hier was geplantet ja aber du kannst das nicht aufhalten die welt irgendwann erobern und ich muss sagen ja aber da kannst du wenig vernünftige sachen holen hier pixi das und dann soll er mit dir die vernünftigen sachen chris was sie wäre schon besser da oben ist noch ganz viel aber das ist einmal auf der anderen seite von läuft alter auf der anderen seite von der lava wenn du das siehst ja da ist ein ja da ist ich sehe was mit und in der lava da kommen wir gar nicht hin da ist ein fisch ein anglerfisch ja scheiße aha der kann ich nicht hinschulen nein 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 hahaha gut dass die viecher jetzt rumfliegen und dazwischen alter was ist das denn alter ich bin vergiftet und krieg voll viel schaden da oben ist eben so ein ganz schön krankes vieh wo seid ihr wo unter uns 2000 fuß ich weiß was das ist was ist denn das das sind halt diese das ist wie die man-eater in dem dschungel nur halt in der corruption jetzt ja ja hey ja schon gemerkt die lassen so genannten cursed flame fallen bringen wir da rein zu kämpfen gut dass sie nicht durchschießen oh das war sehr klug ähm ich würde mal gerne glaube ich irgendwann mal so eine ferienkampfwaffe wieder haben ja alter wie viel dumm ist es hier noch gibt oh ja das ist jetzt ein bisschen problematisch ich glaube ich bin unterdauern im schluss ja würde ich sagen und jetzt jetzt gucken wir mal die wäsche genau genau über uns aber relativ doch genau wo es ist bei dem Stern so ich hab ich sie gerade gesehen einer ist down von denen wow ich glaube ich schieß da mal lieber hoch ja super geil ich kann auch die soul of night und so einen scheißfarm das brauchen wir auch nice bäm bäm cool machen wir nochmal kaputt na cool wenn ich dich angreife kann ich jetzt in Ruhe da ja wir auch drauf schießen klar was besser ist halt Leute das war ziemlich stark geil süß alter was ist das denn für ein riesenviech Flammenpfeiler und mirror hammer da nimm die Flammenpfeiler bitte was sagt das jetzt so nach unten oder was da unten ist ein adamantin Ding weißt du das was wir brauchen einen Schrank alter ich tu mir kurz ein paar da ach das ist das Vieh wieder woher woher warte ich geh mal da oben zu machen sonst werden die wieder alle hinterher gefallen Alter guck mal wie viele Schleimviecher da sind was ist das denn nicht rechts wir lassen euch nur zusätzlichen Schleimfallen wenn sie sterben ah ah oh guck mal ich schrie ja jetzt wie viele da sind genau ach so jetzt sehe ich auch mal wie viele da sind da der Peter runter springen von der Karte ich bin dagegen und dann und jetzt ich weiß nicht so hundertprozentig ich hab 400 Leben versuchen kann man es oder ich wär fast ich hab 400 Leben versuchen kann man es ja wohl ich wär fast der konnte man ja wohl auch ich hab bloß 72 Leben ich bin da mal reingesprungen ne Rest hat Peter gemacht das und das Soul of Night nicht alle wie viele kleine bisschen Schiss ich glaub die Soul of Night wären nett wenn wir die kriegen würden oder? ich weiß nicht ich hab ja von 3 im Inventar weil der spielt hier runter nein ich mach mal ich sterbe ich hab noch rund 44 Leben ich kann keinen Trank nehmen dann geh zurück kein Wohltrank nehmen kein Wohltrank nehmen hast du Baumachstiger dabei? Ich nehm's schon hab grad abgebaut ne und das denn dann nicht jetzt ist aber äh Fingerfertigkeit Gefühl angesagt oder so Fingerfertigkeit Gefühl Fick dich oh rechts guck mal Alter die lassen alle in die Soul fallen alter das ist echt uncool aber der Zauber hat sie fallen lassen ist halt nicht das Wichtige Wichtige lassen halt die da entgegen abfallen wa? warum? was denn? ne die lassen halt anderes abfallen wirst du mich mal kurz regenerieren Jay? äh ich war alleine ja dann ist aber grad nicht in der Höhle sonst steh ich nicht heute in der Medizin und das waren meine drei großen Tränke guck mal wo ich hier steh leu ich bin Jesus Junge ha 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 naja aflorisch lava jesus lava jesus lava ist richtig viel ja lava ist richtig viel oh ich bin ein Imbi ich sterb für zwei Schlägen boah ja gut der Crap die hier unten ist der kann uns ja echt am Hintern vorbei gehen ey wer weiß wer ist ja immer was neues gespawnt ich geh mal grad so ein Stück kein Plan wir sollten uns eher an der oberen Wand entlang naja ich hatte gehofft irgendwie dass Moritz von der Asche hier auch mal zu was geilem wird aber das scheint ja nicht der Fall zu sein ne den Asch wird zu was geilem ne die Hölle kann nix neues das ist eine Hammerhöhle leu hier ist ganz viel Alarmatit in der Hölle? naja hier oben ein ganz stück höher gegangen ich verliere dich ich verliere dich oh oh ich leuchere dich kann das sein kann das sein hallo 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 was ist denn das da über uns? kein Plan Pink haben wir mal gebaut naja was machen wir denn jetzt Farben gehen Alarmatit in der Lava Alarmatit in der Lava Jay hat Pläne klar klar immer Pläne ja alles gefarmt was ich bin links ein Stück weiter gegangen Weg nach oben hier ist ein Weg ah hier ist wieder Alarmatit und zwar nicht zu knapp aber aber es ist schon fast kein Metri mehr zu sammeln ne? ich habe schon fast eine komplette mit Rüstung bis auf den Helm naja ich werde mir jetzt daraus dann auch einen Helm basteln können für aus dem Adamantit wieso ist denn hier so wenig los gegner technisch